Wie geht's? Die WLAN-Line-Store unten links los. Äh... Über was? Unten links, wo du steht, dass du un-Advice-Connected bist. Es sind auch so drei grüne Balken. Nö. Ach so, da! Doch, äh, 23 Millisekunden. 32. Also eigentlich ganz okay. Ja, ganz gut. Okay. Ist ja auch nicht so zu. Aber wahrscheinlich schmackt man Internet. Das ist schon wieder irgendwo da von vorne. Bist du heute. Bei mir sind es 25. Ist... Also du hast geblieben, oder? Oh, das bleibt. Schatz, wo bleibt denn unsere Pizza? Weiß nicht. Und bei dem wär der Pizza. Ja, wir haben einen Gutschein bekommen von voller Pizza. Ja, wir haben einen Zuschlag. Okay. Wir haben heute Spaghetti gekauft. Na, für zwei Jumbo-Pitzen 19,90 Euro. Oha, läuft. Ja. 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 Ach, das wird sich. Ja. 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 Ja, aber die wollte ja auch vorher schon unbedingt haben. Die hätte ich ja schon dreimal umklatschen können. Halte. Die ist ein bisschen fokussig. Ich meine, was ist das für ein krasser Unterschied, ja? Wenn wir halt so viert als Prima spielen und jetzt so du mit drei Randoms. Schatz. Ich bin da. Und dann, wie du wünschst. Ich bin da. Ich bin da. Als ich... Wir haben das Spiel bei dir, das ist.